ja das ist aber nicht unser problem und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal mit dem stefan und wir machen diese badwars runde und das alles ohne reducen keiner von uns ja also ich habe dann halt dann also stefan redutscht dich nicht aber hashtag der schmeckt also schon 13er bogen am start weißt du was auch schmeckt mein pink und mein müßchen das ist gut weil ich hatte ein bisschen angst dass das lenox lee ein bisschen was zu viel bekommt ne ne der hat gar nichts gekriegt aber der kriegt jetzt bei mir alles der hat ping aber ich lass ihn jetzt erstmal ein bisschen gönnen weil ich möchte ja badwars great again machen und da verdient aber er steht halt so eine halbe stunde da oben im bronze spawner er denkt halt so alles oh nein jetzt kommt der andere nein ich krieg halt nix ne oh man gelb hat links da bogen ich kann ich kann ihn nicht aufhalten kommt er zu uns oder was grün kommt zu uns achtung make badwars great again aus der luft rausgeholt alter das war nicht mehr legit also gelb hat auf jeden fall dings ich glaube ich sollte badwars jetzt quitten weil ich habe den gerade eben so komisch geschlagen das sah echt nicht legit aus und ich meine wenn wir badwars great again machen wollen dann brauchen wir nur legit spieler was sagst du dazu ja ist gut da kommen grüner da kommen grüner achtung achtung grüner ist durch grüner ist durch grüner ist durch das war fast dumm aber nur fast aber schon so ein so auf klugheitsskala schon vorhanden ich habe schon zehn eisen du kriegst nix ok super ich brauche halt zehn weil verstehe doch mal die zwei kriegst du wenn du willst ich habe schon gewusst was du vor hast du wolltest gerade eben badwars ein bisschen great again machen man was war die grüne da also wie kommst du zu make badwars great again oh gott die wollen auf unsere eiseninsel also ich möchte ganz kurz die story hinter make badwars great again machen so ein bisschen erklären damit die zuschauer auch wissen was unsere mission ist also das ding ist es gab so ein typ in unserer alten in unserer alten runde also schon ein bisschen verbraucht die runde also der typ hieß halt x videos hdlp oder so na so halt der 08 15 kommen und dieser type na er meint halt so ja wir spielen also wir haben halt in der runde ein bisschen mit bogen gespielt so ein bisschen ganz ganz bisschen meint er aber ohne witz wir haben in der runde halt echt wenig mit dem bogen gespielt wir haben halt echt und die fände unsere base und halt nicht irgendwie die geboßt oder so aber es halt mal wir haben die gravitationsgranate benutzt ich schwöre diese lücke irgendeiner von uns und steves wird da reinspringen aber sie benehmen sich so raten wir die gemacht hat die lücke ich weiß gar nicht wie du meinst also auf jeden fall meinen die halt so erst mal hashtag dann bleibt das geliegend wenn die pfeile fliegen denke ich mir so der hat in der schule gut aufgepasst der typ der hat in grammatik 1 und in gedichte oh gott du verpixeltes pikachu ohne witz ich habe gold und bogen und ich glaube das für ihr okay ich habe 20 eisen ja aber ich will das in der kiste machen die nicht jeder von uns im random findet vielleicht ja ok den krieg ich auf jeden fall meint er halt so wenn die pfeile fliegen dann bleibt das gelegen das hat er gut gesungen ist er schon unten ja das ist das verpixeltes pikachu ist doch tot ach so unser random hat geklärt das war eigentlich ich aber egal okay also unser random klärt noch ein bisschen weiter aber das dinge ja das ding ist dass der halt nicht so einen bock drauf hatte dass wir mit bogen spielen oh mein gott schade und ja dann haben wir uns so gedacht ne dann spielen wir weiter mit bogen ne weil ganz im ernst bogen ist was komplett normales in battles ist voll legitim und so und ich finde es viel schlimmer wenn man reduced oder so weil dann benutzt man etwas um sich einen krassen vorteil zu ergattern und guck mal wenn man einen bogen benutzt dann holt man sich einen krassen vorteil und wenn man reduced holt man sich einen krassen vorteil aber die meisten die was gegen den bogen haben die über die jussen auch also ergibt das alles wohl gar keinen sinn also er muss einfach die schnauze halten genau bitte versucht nachzudenken und respektiert alle menschen in eurem umfeld so wie sie sind und halt die fresse ich wollte noch irgendjemandes moment ist wirklich raus aber ich liebe das wirklich raus der guckt meine videos ich habe ihr erzählt ne gelbe das ist verpixeltes wie heißt der typ verpixeltes chicken oder so ne genau pikachu nein oh nein oh nein oh nein er ist auf einem meter nicht habe ich reingekommen ich glaube schon okay können wir jetzt noch mal so eine kleine zeitdupe reinbauen so der random und das ding ist halt dass so diese ganze diskussion dass man nicht mit bogen spielen darf eigentlich voll dumm ist und ja dazu muss man nicht mehr sehr viel sagen denke ich vor allem die leute die so schreiben make bad was great again aber again früher hat halt jeder mit dem bogen gespielt und wenn man es dann great again machen will dann sorry aber dann müsst ihr wohl über den bogen spielen meine freunde ja ist einfach so ne und ja diesen hashtag wollen wir halt in die welt raus posauen vielleicht schafft er ist an die twitter trennen sicher man twitter trends incoming make bad was great again so ich weiß zwar auch nicht wer das ist aber ich finde es voll toll wie guck mal unsere randoms die sind halt randoms ne aber der eine spielt wir nichts mit bogen ne das heißt er hält so ein bisschen die leute an die von unserer base ab das ist das ist ein scheiter random der macht spaß aber wenn die pfeile fliegen dann bleibt das geliehen okay dann ist das gilt zu hause geblieben ach so stimmen das klingt wirklich fast wie so ein tisch gedicht oder so was man so aber es ist einfach so wie so ein werbeslogan so keine ahnung warte mal ist das lol oh nein der spielt mit bogen als ob geld mit bogen spielt ne ich ich mein ja mich so ich hab die dann einfach noch so ein bisschen weil ich hab jetzt einfach mal einen rein lol er kann er kann den boden lol ich hab ihn hast du den unten ne ach so ist er unser teammate ja gg oder oh lol es gibt noch einen grünen ach was ist denn hier los ich dachte so richtig es ist vorbei ne hä aber wo ist denn der der hat glaube ich nen schuss nicht gehört ich dachte halt das gäbe noch nen bessert nein die haben wir ja gerade eben alle gekillt ja ich war gerade am düstlich essen hä wo ist der meine sophie wird es mir verraten aber stefan verstehe doch mal ich verstehe das nicht aber verstehe doch mal ey verstehe doch mal verstehe ich es mal äh meine sophie ist cooler die kann das schneller weil ich grad bei grün bin aber meine sophie will zu gelb hä äh das kann so nicht sein sicher dass du gelb fühlst oder hat die einfach nur irgendein orientierungsfeder oh nein meine sophie läuft halt straight zu gelb ok ich sag nicht nochmal was gegen deine sophie die ist toll ah ok er hat sich beim bett eingebaut oh ja hallo raffiniert komm gg das war meiner das war für letzte runde ok dann könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ihr zu der ganzen badwoss thematik denkt ob ihr mit bogen oder doch nur mit gold spielt und dann würde ich sagen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal stefan hast du noch abschließende wort ja also das video wurde gesponsert von müllermilch link ist in der video beschreibung auf rein ok classics tschau